Mein Name ist Warty Thiel, ich bin Braumeister in der Luxemburger Stadtbrauerei. Das ist eine kleine Mikrobrauerei mit 2500 Hektoliter Jahresabsatz hier im Herzen von Luxemburg, im Riefteklausel. Wir haben uns für Air Liquide entschieden, weil wir, um unsere Biertanks und Bierfässer leer zu drücken, ein qualitativ reines CO2 benötigen, ein Fachjargon Alligal-2-Gas genannt. Und Air Liquide ist in puncto Liefersicherheit und Qualität der Lieferung sehr gut. Besonders in den Jahren 2020 bis 2022 hat Air Liquide, wo es große Probleme bei der Beschaffung von CO2 für Brauereien gab, hat Air Liquide uns nicht im Stich gelassen und hat uns jederzeit pünktlich mit den angeforderten Produkten beliefert. Durch das Zapfen mit Air Liquide Gas bekommen wir so ein toll gezapftes Bier für unsere Kunden in die Gläser. Mit perfektem Schaum und gutem Geschmack. Prost! Untertitelung des ZDF für funk, 2017